Der Gegner hat den Kontrollpunkt am Ruhal. Entscheide ich den nächsten! Der Gegner hat den Kontrollpunkt am Ruhal. Der Gegner hat den Kontrollpunkt am Ruhal. Der Gegner hat den Kontrollpunkt am Ruhal. Was ist das? Das war's. Der Feind wird unter dem Kontrollpunkt erobern. Der Feind hat uns zurückgeworfen. Der Feind wird unter dem Kontrollpunkt erobern. 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 Der Feind wird unter dem Klassen othurt. Der Feind wird unter dem Kontrollpunkt erobern. Der Feind wird unter dem Kontrollpunkt erobern. . Was ist das? 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 Was ist das?